Guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind. Am 24. Februar dieses Jahres erschien in der Neuen Zürcher Zeitung ein Text, der im Rückblick ein bisschen erstaunlich wirkt, jedenfalls auf einen Laien wie mich. Gleich unter der Überschrift war nämlich von der russischen Militärintervention in der Ukraine die Rede. Die Invasion hatte gerade begonnen, Sie erinnern sich, im Artikel wurde sie auch so genannt, also Invasion. Aber da stand eben dieses Wort Militärintervention. War das eine Begriffsunklarheit? War das ein Versehen oder genau das richtige Wort? Sind Interventionen und Invasion in gewisser Weise vielleicht sogar das Gleiche? Wer sich ein bisschen im Netz umschaut, begegnet der Militärintervention dann rasch wieder. Und wieder geht es um russische Soldaten in der Ukraine. Nur stammt der Text diesmal von 2014, eine Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung. War das dann also eher eine Intervention wegen der unruhigen Lage in den sogenannten unabhängigen Volksrepubliken? In der Ostukraine ist alles zuletzt eine Frage der politischen Bewertung. Und wie war das jetzt, im Frühjahr, als heftig über die Einrichtung einer Flugverbotszone debattiert wurde? Auch daran erinnern Sie sich mit Sicherheit, ging es da um eine Art Militärintervention. Und vielleicht mit prinzipiell guten, nämlich humanitären Gründen. Das kommt ja hinzu und verursacht vielleicht auch die Irritationen und diese Fragen, die man empfinden mag. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, uns die Worte Militärintervention und humanitär als natürliches Paar vorzustellen. Sind sie das denn historisch betrachtet und überhaupt aus eigenem Recht? Wenn in einem Bürgerkrieg eklatant gegen Menschenrechte verstoßen wird, wenn Menschen grausam getötet werden, wenn ein Völkermord droht, dann wird über eine humanitär motivierte Intervention debattiert. Jedenfalls nimmt man das so wahr, dann sind ethische Aspekte im Spiel, moralische Verpflichtungen vielleicht. Die Vereinten Nationen sind gefragt, das Völkerrecht wird gewogen, historische Analogien werden aufgemacht. Es fallen Worte wie nie wieder und deshalb das Eingreifen der NATO im Kosovo-Krieg 1999, der internationale Militäreinsatz in Libyen 2011. Muss man in Syrien intervenieren, präventiv oder zwecks Bestrafung? Sie finden dazu Artikel von 2013 wie von 2018. Das Thema ist noch viel älter und in gewisser Weise enorm aktuell. Was bedeutet es denn längerfristig, wenn in Deutschland die Zeitenwende ausgerufen ist und viel Geld umgeschichtet wird? In einem Land, dessen Sicherheit schon 2002 auch am Hindukusch verteidigt wurde, wie Peter Struck, der Verteidigungsminister, damals gesagt hat, wird Deutschland jetzt zu einer Interventionsmacht. Fragen über Fragen, die wir diskutieren können bei diesem Herrenhäuser-Gespräch unter dem Titel Dem Frieden dienlich humanitär motivierte Militärinterventionen sind wir zusammengekommen. NDR Kultur, Volkswagen Stiftung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich über und auf meine Gäste, Prof. Dr. Fabian Klose. Ich fange mal von Ihnen aus gesehen ganz links an, da wo die roten Socken sind, aber das ist Zufall. Herr Klose ist Historiker, hat den Lehrstuhl für internationale Geschichte und historische Friedens- und Konfliktforschung an der Uni Köln inne. Seine preisgekrönte Habilitationsschrift ist eine Geschichte der humanitären Intervention im langen 19. Jahrhundert. Dass die Frage, ob, wann und wie die internationale Gemeinschaft auf Verletzungen humanitärer Normen reagieren soll, in der internationalen Politik hochkontrovers diskutiert wird, das ist ihm also nicht nur bewusst, er kann uns dazu auch den historischen Kontext einblenden. Schönen guten Abend, Herr Klose. Toll, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz simple, vielleicht aber gar nicht simple Frage zu Beginn. Was ist das überhaupt, was wir da in den Titel geschrieben haben, eine humanitär motivierte Militärintervention? Das ist eine gute Frage. Ich würde Sie jetzt als Historiker so beantworten, dass das wahrscheinlich auch abhängig davon ist, wann Sie diese Frage stellen. Also wenn Sie jetzt auf das 19. Jahrhundert sich stellen, in die Phase, in der dieses Konzept zum ersten Mal auftaucht und dann sich entwickelt, dann müssen wir konstatieren, dass es eben sehr stark auch mit imperialen und kolonialen Projekten verbunden ist, dass es mit Themen wie Sklaverei, Sklavenhandel, Minderheitenschutz zu dem Zeitpunkt schon verbunden ist und eng verknüpft ist und sich dann über das 19. Jahrhundert entwickelt und sich letztlich auch in Rechtstexten dann widerspiegeln. Und das Interessante ist vielleicht, dass diese Rechtstexte, die im 19. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen, dann eben auch von Völkerrechtlern im 20. Jahrhundert wieder aus Präzedenzfällen herangezogen werden. Das Thema Menschenrechte taucht da noch nicht auf, sondern das taucht dann wirklich erst im 20. Jahrhundert auf. Und insofern könnte man auch sagen, im 19. Jahrhundert, da sind es die humanitären Normen wie Antisklaverei, Minderheitenschutz, während im 20. Jahrhundert es immer stärker, ob dem 1945 in Richtung eines Menschenrechts, Menschenrechtsinterventionen geht. Und ich glaube, drei Elemente, die würde ich mir jetzt mal von den Politikwissenschaftlern borgen, die da mal so eine Definition gegeben haben. Das ist eben das militärische Eingreifen, also das gewaltsame Eingreifen gegen den Willen eines Staates auf das Staatsgebiet, also auf die Souveränität und ein dritter Punkt eben die humanitäre Motivation. Aber da wird es dann schon wieder schwierig, weil was ist die humanitäre Motivation und die alleine ist es eben nicht. Also ich würde auch die These vertreten, dass keine humanitäre Intervention nur aus humanitären Gründen durchgeführt wurde, sondern es ist immer ein Mix aus verschiedenen Motivlagen. Keine einzige von denen, die es historisch bisher gegeben hat. Das ist schon mal eine These, mit der wir hier heute Abend umgehen werden. Dr. Astrid Irgang ist auch Historikerin, derzeit Geschäftsführerin am Zentrum für internationale Friedenseinsätze Berlin, ZIF abgekürzt, dessen stellvertretende Direktorin sie seit 2014 schon war. Für die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn haben sie vor etlichen Jahren gearbeitet, Frau Irgang, für die Studienstiftung des Deutschen Volkes und auch im Private Office des Generalsekretärs, im NATO-Hauptquartier in Brüssel. So habe ich das nachgelesen. Sehr interessante Vita, zu der auch gehört, dass sie Psychologie und Literaturwissenschaft ebenfalls studiert haben. Wer weiß, ob es hilft im aktuellen Job. Denn natürlich wollen wir jetzt wissen, was sich hinter dem ZIF verbirgt, diesem Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Ist es eine Denkfabrik? Ist es eine Institution mit Anbindung, mit Auftrag? Erzählen Sie es uns. Aber vor allem schönen guten Abend erst mal. Toll, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich freue mich immer sehr, in Hannover zu sein. Ich habe wenig Gelegenheit zu kommen, aber wenn, ist es großartig. Und ich habe diese Einladung hierhin gerne angenommen, weil ich unterstützen möchte, die Idee unserer Außenministerin mit außen- und sicherheitspolitischen Themen zu den Menschen zu kommen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über das, was uns interessiert an Außen- und Sicherheitspolitik. Und da ist sicherlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ein Wake-up-Call gewesen für uns alle. Das ZIF ist eine hundertprozentige Tochter vom Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt ist unser Gesellschafter. Und wir wurden in der Folge der Balkankriege gegründet, die sicherlich mit unserem Thema eine Berührung haben, weil wir dort bei den Balkankriegen eine völkerrechtlich umstrittene Intervention hatten mit einer bestimmten Absicht, über die man sprechen kann, ob die sich verwirklicht hat oder nicht. Und unsere Aufgabe ist es als ZIF, die zivilen Kapazitäten Deutschlands in den multilateralen Friedensmissionen zu unterstützen. Friedensmissionen sind völkerrechtlich mandatierte kleine Konstrukte, die an Orte der Welt kommen, um dort einen Frieden zu schützen oder wiederherzustellen. Und wir haben auch bei uns im Aufgabengebiet, und das ist vielleicht eine kleine Schnittstelle hier zu der Frage, das humanitäre Portfolio, also humanitäre Einsätze. Wobei ich gleich sagen möchte, dass humanitär motivierte Militärinterventionen nicht automatisch bedeuten, dass humanitäre Arbeit vor Ort stattfindet. Das heißt, da geht es zunächst mal um eine Motivlage und noch nicht um die Art und Weise der Umsetzung. Nachfrage noch, das ist vielleicht interessant, wenn das ZIF eine hundertprozentige Tochter des Auswärtigen Amtes ist, bedeutet das, dass je nach politischer Besetzung, also beispielsweise nach einer Bundestagswahl, die eine neue politische Konstellation herbeiführt, das Personal, das im ZIF arbeitet, komplett rund erneuert und ausgetauscht wird? Oder ist das ein fester Stamm mit einem ganz anderen Anstellungsverhältnis? Also, das Auswärtige Amt hat ein Rotationsprinzip. Das ist aber unabhängig vom politischen Couleur der Beamten oder der Hausleitung. Wir sind ausgegründet worden zu einem Zeitpunkt 2002, wo Deutschland sein ziviles Engagement in diesen multilateralen Einsätzen als Expertise aufbauen wollte. Deswegen sind wir der Rotation entzogen. Wir sind ein festes Team in Berlin, haben aber zivile Expertinnen und Experten, die wir in die Einsätze schicken und sind auch selbst häufig vor Ort. Prof. Dr. Bernd Greiner, auch Historiker, mit Schwerpunkt auf der US-amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Beziehungen zwischen Militär- und Zivilgesellschaft interessieren ihn besonders. Auch die Geschichte des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, die Theorie der Gewalt unter internationalen Beziehungen. Viele Jahre lang hat er am Hamburger Institut für Sozialforschung gearbeitet, hat dort den Arbeitsbereich Theorie und Gewalt geleitet, war Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und anderthalb Jahrzehnte lang ungefähr Honorarprofessor für neuere Zeitgeschichte an der Uni in Hamburg. Inzwischen im Ruhestand, in Wahrheit sogar im Urlaub und trotzdem heute extra hergekommen. Ganz nett, Herr Greiner, herzlichen Dank. Toll, dass Sie da sind. Willkommen. Wenn man an die heftigen Debatten um all solche Interventionen zurückdenkt, auch an das, was Herr Klose eingangs gesagt hat, gemischte Motivlagen, da hat man schon den Eindruck, so ganz eindeutig ist die Sache vielleicht nicht. Interessen und moralische Verpflichtungen sind möglicherweise gar nicht immer so glasklar zu trennen. Liegt das nur an der Praxis oder steckt das in der Sache selbst, an diesem Konzept der Militärintervention aus humanitären Motiven? Also dann gebe ich mal direkt eine möglicherweise auch für die Diskussion, die wir im Anschluss führen, provokative Antwort, die nicht auf meinem geistigen Portfolio gewachsen ist, sondern die von Egon Bahr stammt. Eine Antwort, die sehr wohl Anlass geben könnte zu einer kontroversen Diskussion, die da lautet, meine Damen und Herren, wenn Sie über die Außenpolitik von Staaten reden, dann reden Sie über Interessen. Und wer Ihnen erzählt, es ginge um Moral, lügt. Das ist so ungefähr paraphrasiert, die Position von Egon Bahr. Ich sage jetzt nicht, wie ich selber dazu stehe, sondern sage nur, das ist eine Vorlage, die für unsere Diskussion durchaus fruchtbar sein könnte, weil sie zumindest eines macht, nämlich diese Verschränkung unterschiedlicher Motivlagen, auf die Fabian Klose schon aufmerksam gemacht hat, zu beleuchten. Und weil sie zum Zweiten etwas aufgreift, was Frau Irgang eben auch erwähnt hat, nämlich, dass zivil begründete oder begründbare Interventionen in der Regel nicht zu trennen sind von einer Rahmung, die auch andere und teilweise diametral entgegengesetzte Motivlagen beinhaltet. So würde ich im Großen und Ganzen in provokativer Absicht Ihre Frage beantworten wollen. Das haben wir jetzt hier einmal gehört und wollen und können es gar nicht wieder wegschieben. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, ob jetzt ausgehend von dem Wort von Egon Bahr oder von der Sache selbst. Das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen heute Abend. Schade, dass Sie Ihre eigene Haltung dazu noch nicht so verraten wollten. Sparen Sie sich das auf für den späteren Diskussionsverlauf? Naja, klar. Ich meine, keep your powder dry. Das ist eine Grundregel für jede Podiumsdiskussion. Also wir entwickeln hier eine Dramaturgie am offenen Herzen sozusagen. Das macht Spaß. Ich habe mir auch nur ein paar wenige Stichworte aufgeschrieben und habe mir vorgenommen, einfach zuzuhören und mal zu schauen, wie wir diskutieren werden. Auch mit Frau Professorin Dr. Ursula Schröder, hier direkt neben mir. Sie ist wissenschaftliche Direktorin und Leiterin des Forschungsbereichs Europäische Friedens- und Sicherheitsordnungen an der Uni Hamburg. Lange Funktionsbezeichnung. Aber eine Professorin für Politikwissenschaft kann das allemal mit Leben füllen. Ganz, ganz wichtig, dass diese Disziplin heute Abend hier auf dem Podium auch vertreten ist. Zumal, da Sie ja, Frau Schröder, Friedensforschung und Sicherheitspolitik ins Zentrum Ihrer Arbeit gestellt haben. Sie waren auch schon zuvor am Otto-Suer-Institut der FU Berlin. In Sachen internationale Sicherheitspolitik forschend aktiv. Herzlichen, schönen, guten Abend erst mal. Seien Sie willkommen. Guten Abend. Europäische Friedens- und Sicherheitsordnungen, das klingt kontinental begrenzt. Andererseits wurde oder wird, ich habe es eingangs zitiert, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland auch am Hindukusch verteidigt. Lassen sich Friedens- und Sicherheitsordnungen überhaupt noch auf Kontinente beschränkt denken? Und lässt sich Europa überhaupt noch als Territorium denken? Beides nein und beides tun wir auch nicht. Wir sind das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, also eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die sich seit über 50 Jahren der Erforschung von sicherheitspolitischen Themen widmet, aus einer friedenspolitischen Perspektive. Und wir glauben, dass wir heute umso zentraler in diesem Feld wirken müssen. Deswegen auch diese Diskussionsrunde hier, über die ich mich sehr freue, weil ich den Eindruck habe, dass insbesondere klare Positionen aus der Friedensforschung, die teilweise aber nicht nur auf einen meiner Amtsvorgänger Egon Barth zurückgehen, Debattenbeiträge leisten können, die momentan zentral sind. Und der Raum hier ist für uns auch ein besonderer, der ist ein Raum der Volkswagen Stiftung. Die Volkswagen Stiftung war vor 51 Jahren die Stiftung, die das IFSH finanziell vollständig getragen hat, über mehrere Jahre, bevor das Institut dann in die Landesfinanzierung des Landes Hamburg übergegangen ist. Und momentan haben wir hier Personen, die nicht nur zu Europa forschen und nicht nur, aber auch zur Ukraine forschen, sondern auch zu den globalen Auswirkungen von Rüstungsexporten, von nuklearer Sicherheitspolitik, von Klima- und Sicherheitspolitik und auch zu Fragen des friedlichen, gesellschaftlichen Zusammenlebens in den Krisenzeiten, in denen wir uns heute beschäftigen. Also der gesamte Bogen von Sicherheitsforschung, durchaus kritisch gedacht, findet sich bei uns in Hamburg. Haben Sie den Eindruck, dass seit Ende Februar und seit die Zeitenwende ausgerufen ist, so etwas wie Friedensforschung es tendenziell schwerer haben könnte? Oder ganz im Gegenteil, ist das eine Zeit der Hochkonjunktur für solche Forschungen, die unter diesem Label laufen? Aus meiner Sicht ist es eine Zeit der Hochkonjunktur für die Friedensforschung, auch wenn wir in der Öffentlichkeit merken, dass wir manchmal gegen anarbeiten müssen, gegen ein gängiges Missverständnis, dass sich Friedensforschung mit Frieden beschäftigt. Die Friedensforschung sind die Leute, die Friedens- und Konfliktforschung sind die Leute, die sich mit Waffen beschäftigen, die sich mit Unfrieden beschäftigen, die sich mit Gewaltkonflikten beschäftigen auf der gesamten Welt, aber auch in Europa und die schon seit Jahrzehnten versuchen, Wege aus Gewalt zu finden für einen nachhaltigen Frieden. Was uns aber auszeichnet in der Forschung, in dem gesamten Forschungsfeld, ist, dass die Friedensforschung versucht, nachhaltige Lösungen für Frieden zu finden. Das heißt, dass wir momentan sehr stark nachgefragt werden für unsere Expertisen, die aus dem klassischen sicherheitspolitischen Feld kommen, aber dass es auch schwer ist, langfristig zu denken, weil wir doch in den Medien sehen, dass die Debatten gerade sehr kurzfristig getrieben werden, teilweise auch erstaunlich technisch über bestimmte Waffensysteme gesprochen wird. Das sind Themen, die waren vorher den Expertinnen und Experten aus meinem Haus, aus anderen Häusern vorbehalten, die durchaus wussten, wie ein nuklearer Abwehrschirm funktioniert, die verstehen, wie ein Raketenwerfer funktioniert. Das waren alles Themen, die waren für uns normal, aber für den Rest der Bevölkerung eigentlich nicht. Und es ist ganz schön merkwürdig für uns, jetzt so im Rampenlicht zu stehen mit dieser Form von Expertise. Und ich glaube, leider werden wir weiter gebraucht werden. Das ist ja eine interessante Beobachtung, die man in den letzten zwei, drei Jahren machen kann. Erst gibt es plötzlich Millionen Virologinnen und Virologen. Inzwischen gibt es mehrere Millionen Waffenexpertinnen und Waffenexperten. Frau Irgang, Sie haben gerade genickt, als Frau Schröder sagte, die Diskussion wird ganz schön technisch und auch recht kurzatmig geführt. Woran liegt denn das? Ist das auch Ihre Beobachtung offensichtlich? Also ich habe vor allem an der Stelle genickt, wo deutlich wurde, dass wir uns mit Kriegen und Konflikten intensiv beschäftigen und einen Instrumentenkasten konzeptionell oder auch bei uns mit Personal hinterlegt haben, um mit dem Instrument multilaterale Einsätze darauf zu reagieren und dass wir gefragter sind denn je. Das kommt bei uns auch ganz intensiv an. Und ich erlebe ebenfalls eine sehr erhitzte Debatte in der Bevölkerung, die ich aber gut finde, auch wenn die Bevölkerung zum ersten Mal sich jetzt anfängt zu interessieren für den Unterschied zwischen einem Marder oder einem Panther und diesen Panzertypen, die alle nach Raubtieren benannt sind in der Bundeswehr. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr Orte haben wie diese, wo wir bestimmte Begriffe und Konzepte auch zusammen hinterfragen. Und zum Beispiel hinterfragen, ob die Frage humanitär motivierte Militärintervention eigentlich die Debatte, das Gespräch ist, was wir miteinander führen müssen, um in ein Verständnis zu finden, was auf uns zukommt und wie wir diese Bedrohung vor unserer Haustür gut beantworten können. Oder ob wir vielleicht eine andere Frage stellen müssten. Denn hinter humanitär motivierten Militärinterventionen steht ein Regelwerk, steht ein Regelwerk zum Beispiel der Vereinten Nationen und es ist aus meiner Sicht hoch unwahrscheinlich in der politischen Gemengenlage, auch in der Verteilung, im Sicherheitsrat, dass wir sowas überhaupt sehen werden als Reaktion auf das, was vor uns ist. Sie meinen, dass wir so etwas sehen werden wie die Verfertigung eines neuen und der neuen Situation angemessenen Regelwerks oder dass wir so etwas sehen werden, was man eine humanitär motivierte Intervention nennen könnte? Also wenn Sie die russische Propaganda studieren, dann gibt es dort ein Narrativ, dass das, was Russland in der Ukraine macht, eine humanitär motivierte Militärintervention ist. Das ist hoch problematisch und man kann auf ein solches Narrativ nur antworten mit dem Verweis auf die UN-Charta und die Regelwerke, die dort sind. Und da gibt es ganz hohe Voraussetzungen, um überhaupt eine Militärintervention zu machen. Die Motivlage lasse ich mal weg und in der Gemengelage, die derzeit im Sicherheitsrat herrscht, glaube ich, meine These, werden wir sowas nicht sehen, weil es gar nicht verabschiedungsfähig ist. Und da wir selber an die regelbasierte Ordnung glauben, sollten wir auch, meine These, in der regelbasierten Ordnung überhaupt nur darüber diskutieren, ob wir sowas wollen oder können oder nicht. Und selbst wenn es einen Genozid auf der Welt gibt und der historische Bezug, ich gehe jetzt nicht ins 19. Jahrhundert, sondern ich gehe zu Ruanda oder zu den Balkankriegen, zu Srebrenica, das sind Ereignisse, mit denen Sie sicherlich alle etwas anfangen können. Das waren Augenblicke, wo es eine robuste Reaktion gab. Aber es ist ansonsten, gibt es ja eine historische Kette von Versäumnissen als Weltgemeinschaft, auf Genozid, Völkermord zu reagieren. Und warum sollte dann die humanitär motivierte Militärintervention jetzt das naheliegende Projekt für eine UNO sein? Sehe ich nicht. Lassen Sie uns die Frage des Regelwerks vielleicht trotzdem noch ein bisschen genauer betrachten. Das ist ja sowas, was in Stichworten abgehandelt wird, in Talkshows. Und dann ist es irgendwie möglich, sich zu einigen oder ist es nicht. Und man weiß vielleicht gar nicht so ganz genau, was verbirgt sich denn nun überhaupt dahinter. Herr Klose, das hat ja einen langen historischen Anlauf genommen. Welche Rechtskonstruktionen liegen denn hinter einem solchen Konzept, das sich da historisch entwickelt hat? Was ist da gewachsen und an welchen markanten Punkten der Historie? Und prägt noch heute das Regelwerk, dem sich alle fügen sollten? Erlauben Sie mir kurz auf das zu reagieren, was Frau Irgang gerade gesagt hat. Sehr verständlich. Ich glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, wenn man sich die Kriegserklärung vom 24. Februar, die Rede von Putin, durchliest, dann gibt es eben enorm viele Bezüge, historische Bezüge. Auf den Kosovo-Krieg, auf einen vermeintlichen Genozid, der ohne jeglichen Beweisen einfach behauptet wird. Auf den westlichen Interventionismus des Westens, den es so ja gar nicht gibt. Und ich glaube, dass es in der öffentlichen Debatte schon auch guttun würde, die Historie der 1990er Jahre nochmal stärker aufzuarbeiten, um überhaupt zum Verständnis dazu zu haben, was Putin eigentlich da instrumentalisiert und für seinen Aggressionskrieg quasi zum Einsatz bringt. Also ich glaube, das historische Gedächtnis, das kommt mir manchmal in der Debatte, in der öffentlichen Debatte etwas zu kurz, denn da braucht man auch gar nicht ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Da gibt es nämlich das Motiv des Minderheitenschutzes, vor allem durch den Zahn im Osmanischen Reich, das gibt es da auch schon. Aber ich finde es wichtig, dass man da eben die unmittelbare Zeitgeschichte eben nochmal zurückholt und vielleicht auch stärker wieder ins Gedächtnis ruft. Denn so einige Debatten, die da geführt werden, die in Bern ja jeder Grundlage, also da fehlt das Wissen, was in den 90er Jahren passiert ist. Da wird alles in einen Topf gemischt, das wird alles vermischt und quasi dann letztlich, ja, es gibt dann ja auch genügend Zustimmung für Putin und seinen Aggressions- bzw. Angriffskrieg. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich das nochmal vor Augen führt, was da in den 1990er Jahren auch passiert ist. Die hier zur Rechtsgrundlage, es ist ganz interessant zu sehen, dass diese Idee einer gewissen Beistandspflicht der Nationen sie schon in Rechtstexten im 18. Jahrhundert finden. Also E.M.A. de Vattel, den kennen Sie vielleicht als einen der, ja, Anführungszeichen Urväter, ich finde den Begriff nicht so gut, aber so wird er immer als Gründer, als Mitgründer des Völkerrechts gesehen, der spricht eben schon im 18. Jahrhundert davon, dass es eine Beistandspflicht, eine humanitäre Beistandspflicht von Staaten gibt. Und basierend auf diesen Rechtstheorien des 18., dann aber vor allem im 19. Jahrhundert, werden eben vor allem in Bezug auf die Praxis, auf die Praxis des Kampfes gegen den Sklavenhandel und diesen Minderheitenschutz, Rechtstheorien entwickelt. Henry Beaton wäre ein gutes Beispiel. Johann Caspar Blunschli, die quasi diese Idee aufgreifen und feststellen, dass die Staatengemeinschaft eine Beistandspflicht haben, beziehungsweise wenn es zu schwersten Verletzungen der humanitären Norm, der Humanität, also in the cause of humanity, ist so ein gängiger Satz dieser Zeit, dann gibt es eine Beistandspflicht beziehungsweise eine Interventionspflicht der Staaten. Und diese Rechtstheorie, die dann vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr stark aufgegriffen wird, die verfestigt sich dann bis ins 20. Jahrhundert. Und ich habe es vorhin kurz erwähnt, es ist interessant zu sehen, dass auch Rechtswissenschaftler sich immer wieder im Verlauf des 20. Jahrhunderts auf das 19. Jahrhundert und diese Präzedenzfälle verweisen und diese quasi als Beispiel dafür hernehmen, wie Staaten zu handeln haben. Und eine der zentralen Normen ist eben Humanity, was dann letztlich erst im 20. Jahrhundert mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 ausdifferenziert wird in Richtung universaler Rechte. Jetzt haben Sie, Bernd Greiner, vorhin mit Bezug auf Egon Bahr den Gedanken hier ins Spiel gebracht, naja, sowas wie eine moralische Verpflichtung wird möglicherweise als Begründung für eine Handlung ins Feld geführt, wenn Staaten aktiv werden. In Wahrheit geht es doch aber immer um Interessen. Das, was Herr Klose gerade uns kurz geschildert hat, ganz herzlichen Dank dafür, erweckt ja den Eindruck, dass da ein von der Idee her gedachtes Konzept in den öffentlichen Diskurs eingespeist worden ist, vor Jahrhunderten schon, das möglicherweise jetzt für Gebrauch und Missbrauch zur Verfügung steht, aber gar nicht so richtig greift, wie es mal gedacht gewesen ist. Ist das ein Grund dafür, unter anderem womöglich, dass der von Frau Irgang gerade angesprochene Punkt, sowas werden wir nicht sehen unter den Bedingungen, wie sie gerade sind, eine humanitär motivierte Militärintervention, dass sowas nicht zustande kommt, weil jetzt nackter als sonst zutage tritt, in Wahrheit geht es doch um Interessen? Naja, die Frage zielt natürlich auf mehrere Ebenen gleichzeitig. Ich würde mal anknüpfend an der historischen Herleitung von Herrn Klose noch mal darauf aufmerksam machen wollen, was die Bedingungen der Möglichkeit im 20. Jahrhundert gewesen sind, dass dieses Konzept einer humanitären Intervention überhaupt wieder aktuell spruchreif werden konnte. Wir haben zwei Einschnitte, der erste naheliegende Weise 1945 und der andere das Ende des Kalten Krieges. Was diese beiden doch sehr unterschiedlichen historischen Wegmarken miteinander verbindet, ist in beiden Fällen das Entsetzen über eine blutgetränkte Vergangenheit. Mit Blick auf 1945 muss ich das gar nicht weiter ausführen, das liegt auf der Hand. 1989 war es ähnlich. Da geht ein Kalter Krieg zu Ende, der 40 Jahre lang global, insbesondere in der sogenannten Dritten Welt, geführt worden ist und der über den Daumen gerechnet in 150 Bürgerkriegen ungefähr 22 Millionen Tote gefordert hat. Das ist eine desaströse Bilanz und in beiden Fällen, 1945 und 1989, haben wir es, auch das verbindet beides, mit einer Aufbruchssituation zu tun, mit einem, ich will jetzt nicht sagen raumgreifenden, aber doch mit einem Zeitenwandel dahingehend, dass alle Beteiligten gesagt haben, da muss ich jetzt grundlegend etwas ändern, wir müssen mit dieser Form der internationalen Politik brechen. 1945 war das die Fortschreibung der im 19. Jahrhundert bereits kodifizierten Genfer Konvention, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Folterverbot und so weiter und so fort. Und 1989 folgende, eben der Glaube, man stehe jetzt am Beginn eines Zeitalters, das die desaströsen, ideologischen Konfrontationen überwindet und dass man jetzt endlich in einer Situation wäre, das zu tun, was 1945 folgende ein Leitfaden war, nämlich Staatsterroristen in den Arm zu fallen. Das unterscheidet dann das 20. Jahrhundert vom 19. Jahrhundert. Das ist eine grundlegende Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass wir es mit Regierungen zu tun haben, die in terroristischer Absicht und mit einer terroristischen Programmatik ihre eigene Bevölkerung unterdrückt, zur Geisel genommen haben, millionenfach ermordet haben. Das ist nicht nur Deutschland, das ist das stalinistische Russland, das ist China. Und die verbindliche Richtlinie war, es gibt unter Berufung auch auf einen langen intellektuellen juristischen Vorlauf eine Verpflichtung der internationalen Staatengemeinschaft, diese sich selbst zu souverän aufschwingenden Terroristen, Staatsterroristen, nicht machen zu lassen, was sie machen können. In beiden Fällen haben wir die Erfahrung gemacht und das ist dann sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, die Frau Irgang auch angesprochen hat, mit einer durchaus pessimistischen Grundnote oder relativierenden Grundnote. Das funktioniert natürlich nur, diese Intervention zum Schutz von bedrohten Bevölkerungen, Minderheiten, wenn es eine mehr oder weniger auf Kooperation basierende internationale Ordnung gibt. Wenn diese Ordnung durch Konfrontation gekennzeichnet ist, dann geht dieser Anspruch des Schutzes sehr schnell im Bach runter. Das haben wir 1945 folgende mit der Verfestigung des Kalten Krieges beobachtet und das ist im Grunde genommen das Ergebnis auch der 1990er Jahre, in der dieses Window of Opportunity sich immer weiter schloss und wir beobachten, dass die internationale regelbasierte Ordnung immer stärker auf einen konfrontativen Zuschnitt bekommt und das Ergebnis sehen wir, es gibt die zugespitzte Beobachtung, spätestens in Aleppo in Syrien wurde die Responsibility to protect, wie das Juristen genannt haben, zu Grabe getragen. Einen weiteren Faktor der Desillusionierung haben wir vor gut einem Jahr vermutlich erlebt. Ich habe den Hindukusch-Satz von Peter Struck zweimal zitiert, der wurde dann wieder bedrückend aktuell, als das Scheitern des Afghanistan-Einsatzes so dramatisch offensichtlich geworden ist. allemal eine humanitäre Intervention, wie es zumindest schien. Es wurde ja sehr viel darüber gesprochen, dass man die Rechte der Frauen habe stärken wollen, die Zivilgesellschaft habe stärken wollen. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, mindestens die im öffentlichen Diskurs Raum gegriffen hatte. Ich würde gerne, Frau Irgang, zunächst Ursula Schröder mal fragen, als alles so ungut zu Ende gegangen war, haben Sie als Lehre nicht etwa gefordert, Interventionen in Zukunft bleiben zu lassen, sondern so jedenfalls meine Lesart dessen, was Sie damals sagten, Sie in anderer Weise künftig zu denken. Genau, und das wird auch eine Debatte sein, die uns in Deutschland in den kommenden Jahren ja noch sehr stark beschäftigen wird. Im kommenden Montag wird die Enquete-Kommission Afghanistan eingesetzt, des Deutschen Bundestages, in der ich auch angehören werde. Und wo es darum gehen wird, Lehren aus dem Desaster der Interventionen in Afghanistan für das zukünftige friedenspolitische Engagement Deutschlands zu ziehen. Und das bringt uns zum einen zurück zu der Desillusionierung der aktuellen Zeit und der Frage, ob man interessensbasiert friedensfördernd aktiv sein kann. Und auf der anderen Seite zum Titel der Veranstaltung, dem Frieden dienlich, weil wir aus Afghanistan schon lange gelernt hatten, dass dieser Typ von Mission, von Interventionen nicht funktioniert. Das haben die Forschungen wirklich seit 10, 15 Jahren alle gesagt, diese Intervention wird nicht auf der Breite der Zieldimension, die dort angestrebt wurde, funktionieren. Und es war keine primär humanitär motivierte Intervention. Es war eine Intervention, die gestartet war mit einer ganz klaren Aussage, das ist der globale Krieg gegen den Terror. Wir erinnern uns, 20 Jahre 11. September ist Licht hinter uns. Das war eine Intervention, die ein militärisch-strategisches Ziel hatte, den Kampf gegen den Terror zu gewinnen. Diesen Kampf hat diese Intervention, haben diese mehreren Interventionen verloren. Und dann wurden sukzessive über die Jahre verschiedene politische Ziele in den Afghanistan-Interventionskontext eingebaut. Das war zum einen Entwicklungspolitik, Frauen, Gesundheit, ökonomische Entwicklung, aber auch Governance, Staatsaufbau, Kapazitätsaufbau für einen Staat in Afghanistan, den es in der Form noch nie gegeben hatte. Und der in dieser Form, wie er von der westlichen Allianz gefordert und auch gefördert wurde, von der afghanischen Bevölkerung und auch vom afghanischen politischen System nicht gewollt wurde. Und wir haben dort in Slowmotion, wirklich in Zeitlupe gesehen, wie durchaus positives Interesse und durchaus teilweise humanitär motiviertes Interesse sehr, sehr langsam direkt an die Wand gefahren ist. Und die Frage ist natürlich, was können wir aus diesem einen Fall lernen und was können wir aber auch nicht aus diesem Fall lernen? Weil wir ziemlich genau aus der Forschung wissen, dass Friedensförderung, UN Peacekeeping, Sie haben es eingangs genannt, also die Versuche der Vereinten Nationen, Frieden zu fördern, Frieden nachhaltig zu erhalten, Frieden nach Friedensschlüssen aufrecht zu erhalten, dass das sehr wohl funktioniert. Die Vereinten Nationen haben ein UN Peacekeeping-Programm seit Jahrzehnten aufrecht erhalten können, trotz aller Widrigkeiten, auch während des Kalten Kriegs, auch momentan, das in der Form der Reduktion von Gewalt erfolgreich war. Das war vielleicht nicht erfolgreich in der nachhaltigen Friedenssicherung, dass wir wirklich substanziell Frieden, der mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt gesehen haben, aber die Forschungsergebnisse von uns und auch von vielen anderen sind da ganz eindeutig. Peacekeeping trägt zur Gewaltreduktion bei und das ist gut. Und das sollten wir nicht vergessen, weil Afghanistan keine klassische Peacekeeping-Mission war, das war eine ganz andere Form von Interventionen. Deswegen ist diese Debatte um die humanitären Interventionen heute auch interessant, weil wir ganz unterschiedliche Formen von Interventionen haben, von der alten 90er Jahre humanitären Interventionen. Das ist eigentlich eine Debatte, die wirft uns so in die Mitte der 90er Jahre zurück. Srebrenica wurde schon angesprochen, Ruanda wurde angesprochen, die großen Genozide der 90er Jahre, die großen Gewaltkonflikte der 90er Jahre hängen an diesem Begriff. Was wir heute aber sehen, sind andere Formen von Konflikten und Kriegen. Das ist der Krieg in der Ukraine. Das ist das, was jetzt in Afghanistan passiert, was ja für die Zivilbevölkerung eine absolute Katastrophe ist. Das ist Syrien, das ist Libyen, das ist vielleicht der Libanon, den man sich aus konflikttheoretischer Perspektive gerade sehr gut anschauen muss. Und da ist die Frage, wie machen wir eigentlich weiter? Werfen wir die Flinte im Wortsinne ins Korn oder versuchen wir, Friedensförderung nach vorne zu denken unter ganz widrigen Umständen, in denen der UN-Sicherheitsrat voraussichtlich paralysiert sein wird in zentralen Bereichen? Und wie können wir eine regelbasierte internationale Ordnung nach vorne bringen, die trotzdem friedensfördernd wirken kann? Und ich glaube, da müssen wir ganz radikal nach vorne denken. Und das wird eine Debatte, die uns sehr beschäftigen wird. Sollten wir heute Abend auf jeden Fall auch noch thematisieren. Astrid Irgang, Sie waren vorhin schon kurz davor, mir ins Wort zu fallen, als ich das so formuliert hatte, als ob die ursprüngliche Motivation eine humanitäre gewesen wäre. Jetzt hat Frau Schröder ja schon sehr diplomatisch geschildert, wie sich die Motivlage nach und nach ein bisschen verschoben hat und wie möglicherweise diese Verschiebung ihrerseits wieder Interessengeleitet gewesen sein könnte. Kann es aber sein, dass ein verbindendes Gemeinsames von den Ursprüngen dieses Afghanistan-Einsatzes über die Verschiebung der Motivlage bis zum Scheitern sich finden könnte in so einem Wort wie wertebasierte westliche Politik als Überschrift über all das, was da geschehen ist. Vom Krieg des Terrors bis hin zum Scheitern der auf eine Stärkung der Zivilgesellschaft gegründeten Politik vor Ort. Also Sie haben genau wahrgenommen, dass ich gezuckt habe. Es war nicht so schwer. Aber meine Vorrednerin hat das wunderbar profund abgeräumt, das Argument. Afghanistan, das kann man nicht oft genug sagen, war keine humanitär motivierte Militärintervention. Da ging es um etwas anderes und der Satz von Struck, dass die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt werde, aus meiner Sicht speiste sich oder speist sich aus unserer Bündnisverpflichtung und dem Agieren im Bündnis. Was eine wichtige Rolle dafür spielt, an welchen Dingen man sich beteiligt, an welchen Dingen man sich nicht beteiligt, das muss in einer demokratischen Gesellschaft ausgehandelt werden. Unsere Werte, unsere Interessen, wie fallen die eigentlich zusammen? Und es gibt ja ein paar historische Ereignisse, an die Sie sich vielleicht erinnern, wo die Bundesrepublik durchaus in den Bündnissen mutig war. Ich erinnere mich an die Abstimmung über den Irak-Einsatz oder die Abstimmung über den Libyen-Einsatz. Man kann also als Nation sich durchaus anders positionieren oder auch mal neutral positionieren. Ich bin sehr neugierig bei der Enquete-Kommission, ob nicht eine Lehre sein muss, dass es zu diesem desaströsen Ende gekommen ist, dass einer unserer Bündnispartner, nämlich die Amerikaner, ein sehr einseitiges Abkommen in Doha geschlossen haben und wir nicht ein Abkommen hatten, das Frieden auf breitere Beine versucht hat zu stellen. Da bin ich neugierig und ich finde es großartig, dass Sie in dieser Enquete-Kommission drin sind. Dass die UN immer noch in Afghanistan ist mit ihrer Friedensmission UNAMA und übrigens einem deutschen Deputy, der vor Ort ist, zeigt ja, dass das, was die UN eigentlich mit dem Einsatz verbindet oder mit der Präsenz vor Ort, dass das versucht wird, fortzusetzen, was richtig ist und wahrscheinlich im historischen Rückblick bei aller Kritik an diesem Einsatz werden wir sagen können, es gab eine bestimmte Zeit, wo Frauen und Mädchen in die Schule gehen konnten und zur Universität gehen konnten. Nur ein kleines Beispiel und das hat vielleicht für diese Generationen wirklich einen ganz großen Unterschied gemacht. Ist denn ein solcher Einsatz wie die UN nun fortführt, ohne militärische Flankierung überhaupt auf Dauer sinnvoll und aufrecht zu erhalten? Das, worauf Sie anspielen, ist etwas, was für ein Publikum, was nicht so tief im Thema ist, vielleicht erklärungsbedürftig ist. Es gibt Mandate der Friedensmission, die robust sind, weil man sagt, die UN, die vor Ort ist, braucht einen gewissen Schutz, um sich im Zweifelsfall selber verteidigen zu können, um die Zivilbevölkerung verteidigen zu können, das ist der Begriff Responsibility to Protect und um auch sich um Spoiler zu kümmern. Aber die Legitimität eines internationalen Einsatzes in einem Kriegs- oder Krisengebiet hängt davon ab, dass man ein regelbasiertes Mandat hat, dass man da nicht einfach sich abwirft und in diesem Land ist, sondern ausgehandelt hat mit der Gastregierung oder der Zivilbevölkerung, die unter Druck ist, ja, dieser Einsatz ist willkommen, sonst kann es nicht funktionieren. Und diese Aushandlungen sind heute schwieriger und ich bin auch hier bei meiner Vorrednerin, der Sicherheitsrat wird durch die Komposition, die er hat und durch die Tatsache, dass er im Konsensprinzip, das heißt in der Einstimmigkeit, Dinge entscheidet und wir haben dort Russland sitzen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht zu großen Entscheidungen kommen in der nächsten Zeit. Wir haben auch erlebt, dass die OSZE, die Sie vielleicht kennen, mit dem Hauptquartier in Wien, übrigens mit einer deutschen Generalsekretärin, dass diese Organisation durch den Krieg in der Ukraine, durch Russland, seine oder ihre Friedensmission verloren hat, die Special Monitoring Mission, die kann nicht mehr vor Ort arbeiten, weil das Mandat fehlt. Das heißt, was wir brauchen, und da sind Sie alle eingeladen, mitzudenken, sind neue Formate, neue Formen, wie wir diese Konflikte lösen können, zum Beispiel, indem drei oder vier Länder, die gewählt werden von Konfliktparteien, Paten werden für eine Konfliktlösung und man arbeitet dieser Konstellation zu und nicht einem gelähmten Sicherheitsrat. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Herr Klose, vielleicht können Sie uns das kurz beantworten, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip im Sicherheitsrat etabliert worden ist, das sich ja ganz offensichtlich als extrem hemmend erweisen kann. Warum hat man sich nicht auf irgendeine Form von Mehrheitsprinzip verständigt seinerzeit? Was Sie jetzt ansprechen, hat natürlich direkt mit der Entstehungsgeschichte der Vereinten Nationen zu tun. Und was in Dumbarton Oaks verhandelt wurde, war jetzt, also auf der Konferenz 1944, da ging es zunächst um die Four Policemen. die quasi als System die internationalen Beziehungen regeln sollten. Und da wurde dieses System eben eingeführt, also bei den Vieren, da fehlt dann noch eine, Frankreich kam dann später dazu. Und dieses System hat sich eben verfestigt und da würde ich ganz gerne nochmal auf das, was Herr Greiner vorhin auf die zwei Daten zurückkommt, 1945 und das Ende des Kalten Krieges. Da gibt es nämlich eine ganz interessante Verbindung. Wenn man sich nämlich die Debatten anschaut in den Anfang der 1990er Jahre, also ich, UN-Generalsekretär Butrus, Butrus Ghali in seiner Agenda for Peace, da erkennt er, Herr Greiner hat es kurz angesprochen, erkennt er, dass diese Situation nun als Window of Opportunity, wo die Vereinten Nationen nun völlig neu handeln können und eigentlich das, was sie 1945 auf der Gründungskonferenz in San Francisco verabschiedet haben, nun zum ersten Mal umsetzen können. Also die Hemmung durch den Kalten Krieg, übrigens auch durch die Dekolonisation, würde ich auch, also es ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte, durch diese zwei fundamentalen Phänomene des 20. Jahrhunderts, Kalter Krieg, aber auch gleichzeitig die Dekolonisation, die ja die internationale Staatengemeinschaft völlig verändert. Also 1992, er kennt Butrus Butrus Ghali und er sagt es auch immer wieder, er sagt 1945, was wir da angedacht haben, können wir jetzt eigentlich verwirklichen. Jetzt ist dieses Window of Opportunities umzusetzen und da spricht er ja auch und auch da würde ich auf die Provokation von Herrn Greider auch gleich nochmal darauf eingehen, mit den Interessen, da spricht er nämlich davon, dass es eigentlich nur ein Interesse von uns allen ist, dass wir das auch eben angehen, also dass wir zusammen denken, weil ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir nur von Interessen sprechen. Also die Entscheidungsträger der Vereinten Nationen, vor allem nach den fatalen Katastrophen von Srebrenica und von Ruanda, da ist ja eine Person, die zu dieser Zeit verantwortlich ist für die Peacekeeping Operation, nämlich Kofi Annan, der wird dann später Generalsekretär und der formuliert ja Ende der 90er Jahre in seinem Millenniumsbericht dieses Dilemma, das man eben hat. Sollen wir jetzt auf den Schutz der Souveränität, so wie in der UN-Charta, weiter bauen, das Prinzip der Nichtintervention, an dem festhalten, so wie es in der UN-Charta als zentrale Norm festgelegt ist oder rücken nun der Schutz humanitärer Normen und Menschenrechte ins Zentrum. Und er formuliert das eben auch als Dilemma und ich glaube, wir machen es uns dazu einfach, wenn wir jetzt sagen, das sind jetzt nur Interessen von einzelnen Staaten, sondern es ist in der Tat ein Dilemma, das bis heute eben nicht gelöst ist. Was macht man in dieser Situation? Jetzt habe ich zwei Signale bekommen, erst von Frau Schröder, dann von Frau Irgang. Ich weiß aber nicht, wer direkter anschließen möchte inhaltlich. Probieren Sie es doch mal. Ursula Schröder. Ich quäle meine Studierenden schon lange mit der Geschichte und der Funktion internationaler Organisationen und die Reform des UN-Sicherheitsrats ist immer eines der Fallbeispiele für die Unmöglichkeit von Reformvorhaben internationaler Organisationen. Aber ich glaube, dass wir heute auch darüber nachdenken müssten. Es gibt ja inzwischen verschiedene Ideen auf dem Tisch, wie man dieses Unwieldy System, dieses große und komplexe Monster von internationaler Organisation, was aus guten Gründen geschaffen wurde und was sie ja dargelegt haben, wie man das verändern muss, damit es nicht seine Relevanz verliert. Weil wir sonst, wie Frau Irgang ja schon gesagt hat, landen in einer Welt, in der wir informelle Formen der Kooperation zur Friedensförderung vorantreiben, weil dieses System nicht mehr funktioniert. Und vor ein paar Wochen wurde lanciert die Idee, das Vetorecht der Vereinten Nationen einzuschränken, also des UN-Sicherheitsrats einzuschränken. Da wurde der Vorschlag gemacht, machen wir es doch so ähnlich, wie wir das aus dem System der Europäischen Union kennen. Wenn eine Mehrheit, zwei Drittel aller Staaten und eine Mehrheit der Weltbevölkerung und die Mehrheit der Sicherheitsratsmitglieder einer Meinung ist, dass dieses Veto nicht korrekt ist, dann muss das überschritten werden können. Wir wissen alle, das wird nicht funktionieren. Man kann es aber politisch dennoch fordern und man kann fordern, dass die westliche Allianz sich jetzt hinstellt und sagt, wir müssen dieses System reformieren und wir müssen diesen Veto Override, diese Überschreitung des Vetos jetzt voranbringen, um das alte System, was nicht mehr funktional ist, voranbringen zu können und eben nicht in einer Welt der ausgehöhlten, regelbasierten Ordnung zu landen, in der die Vereinten Nationen auf dieser Ebene von Sicherheitspolitik irrelevant werden. Und da will ich jetzt die Vorschläge sehen auf der internationalen Ebene, um dieses System nach vorne zu bringen. Astrid Irgang und dann Bernd Greiner, der sich eben gegenprovoziert gefühlt hat wahrscheinlich. Aber erst mal Frau Irgang, bitte. Also in der Tat, eine Reform des Sicherheitsrates ist deswegen so schwierig, weil alle Sicherheitsratsmitglieder, die sechs einstimmig sagen müssen, ja, wir wollen uns reformieren. Und das ist wahnsinnig schwierig. Gleichzeitig ist die UNO die einzige Organisation, in der so unglaublich viele Länder der Welt Mitglied sind. Ich nenne sie immer die freudianische Couch der Welt. Und warum soll sie nicht... Wer ist denn in der Rolle des Freud? Tja, also da können wir ein zweites Panel zu machen zur Couch und zu Freud. Aber es ist der einzige Ort der Welt, in der organisiert eine Routinebegegnung stattfindet, in der die Dinge auf den Tisch kommen können, in der angesprochen werden kann, was in Burkina Faso passiert. Und es wird gehört. Und das ist an sich ein riesiger Wert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingt, diese Organisation relevant und lebendig zu halten. Und ich möchte einen Schwenk machen zu Ihrer Ausführung über die Interessen. Ich finde Interessen absolut legitim. Interessen sind ein fantastischer Treiber. Wenn Menschen nicht Interesse hätten, sich zu heiraten, würden sie nicht heiraten. Das ist legitim. Und es können Dinge zu Interessen werden, die wir vielleicht bisher nicht so als Interessen gesehen haben. Es gibt eine Grundsatzrede unserer Außenministerin vom 5. September, in der sie sagt, Menschenrechte und Förderung von Menschenrechten sind unser originäres Staatsinteresse. Denn diese Systeme bleiben relevant. Diese Systeme sind wettbewerbsfähig. Wenn ich mich für Menschenrechte einsetze, wenn ich sage, das ist mein Interesse, dann mache ich eigene Sicherheitspolitik. Das finde ich gut. Und deswegen Interessen sind gar kein Widerspruch. Die Baustelle, die wir in Deutschland haben, ist die Verantwortung zu übernehmen, die mit Interessen einhergehen. Und bereit zu sein, dafür auch Schmerzen in Kauf zu nehmen. Und das ist die Überleitung zur Zeitenwende. Ich finde das einen sehr schwierigen Begriff. Aber wenn die Zeitenwende bringt, dass wir bereit sind, gestalten zu wollen und dafür auch Schmerzen in Kauf zu nehmen, dann wäre es fantastisch. Dürfte ich kurz was ergänzen? Genau, Bernd Greiner sammelt schon alles, was dann gesagt werden muss. Denn ich glaube, Herr Greiner, es ist jetzt dann der Punkt, an dem Sie auch mal Ihre Haltung zu dem Satz von Egon Bahr nachher offenbaren müssen. Aber wir spannen uns noch ein bisschen auf die Folter, denn Fabian Klose ist er. Genau, ich hätte noch einen Punkt, der meines Erachtens sehr wichtig ist. Wir hatten jetzt diese Woche durch die großartige Unterstützung der Volkswagen-Stiftung hier die Gelegenheit, eine Herrenhäuser-Konferenz zum Thema Governing Humanitarianism durchzuführen. Es ging um die Zukunft humanitären Handelns und da kann ich mich an einen Satz eines Kollegen aus Afrika, aus dem Kongo erinnern, der aus dem Osten des Kongos stammt, mittlerweile in den USA promoviert und der hatte ein ganz anderes Bild von den Vereinten Nationen. Der sprach nämlich, was da in seiner Heimatregion passiert, diese Übergriffe auf die MINUSCO UN-Blauhem-Soldaten, Sie haben das alle in den Medien mitverfolgt, vor ein paar Wochen, diese Angriffe von der Zivilbevölkerung auf Blauhem-Soldaten, aufgrund des fehlenden Mandats, der Schwäche der Blauhem-Soldaten dort, der hat einfach ein ganz anderes Bild von der Reform der Vereinten Nationen. Der sagt nämlich, wir müssen die afrikanische Position viel stärker einbringen. Das ist eben nicht nur die westliche Position, die wir ja alle hier zwangsläufig irgendwie vertreten, aber ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, dass er eben gesagt hat, für ihn wäre es besser, wenn die UN da abziehen würde, denn dann ist es eben nicht so, dass unter der UN-Flagge sich man geschützt fühlt, so wie die Zivilbevölkerung, und in der Nacht passieren dann Massaker, wo die UN eben aufgrund des fehlenden Mandats nicht einschreitet. Und ich finde, das ist sehr bedenkenswert, dass man eben aus europäischer oder westlicher Perspektive diese Perspektiven auch viel stärker mal mit einbezieht. Ich habe auf alle Fälle von dem Kollegen sehr viel gelernt, weil er eben genau diese afrikanische Perspektive mal mit eingebracht hat, und das hat mich sehr zum Nachdenken gemacht. Bernd Greiner. Wir sind gespannt. Ja, also wenn wir über die Reform von Institutionen wie der UNO oder der EU oder von was auch immer reden, dann reden wir ja über das Problem, dass solche Großorganisationen so sehr ihr internes bürokratisches Beharrungsvermögen zu Buchschlagen mag, immer auch einen intellektuellen politischen Kompass brauchen. Ohne einen solchen intellektuellen politischen Kompass können sie reformieren, solange sie wollen, dann greift das immer ins Leere. Da sehe ich im Moment in der Diskussion über die zurückliegenden Erfahrungen, insbesondere über unsere Erfahrungen mit humanitären, sogenannten humanitären Interventionen mit militärischen Mitteln, eine klaffende Lücke. Das hat auch der aktuelle UNO-Generalsekretär der Antonio Guterres vor zwei, drei Jahren in einem Interview schon mal zu bedenken gegeben, dass er sagte, zwischen Anspruch und Realität ist diese riesige Lücke. und die ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Instrumente, die wir uns programmatisch zurechtlegen, in der Realität in aller Regel bisher zu kontraproduktiven Effekten geführt haben. Das wäre also meine Anregung, in der aktuellen Diskussion nicht nur über die Reform von Verfahren zu reden, sondern auch nachzudenken über eine, ja wenn Sie so wollen, intellektuelle und politische Schubumkehr, derer es bedarf, um die zur Verfügung stehenden Instrumente anders zielführender einzusetzen. Und da sehe ich zumindest drei Punkte, drei Aspekte für eine solche Schubumkehr. Man müsste an unserem Verständnis oder unserem Konzept und unseres, meine ich jetzt das Westliche im weitesten Sinne, Konzept von Sicherheitspolitik darüber nachdenken, wollen wir Sicherheit in erster Linie auch gerade in zugespitzten Konfliktsituationen mit dem Instrumentarium militärischer Intervention regeln oder bedarf es eines breiter aufgestellten Verständnisses von Sicherheit. Das wäre das Erste. Der zweite Punkt wäre, dass wir unsere Vorstellung von Zeit, von Zeitregime ändern müssen. Denn bisher waren diese Interventionen ja im Grunde genommen der Ausdruck eines politischen Getriebenseins. Es waren Feuerwehraktionen. Es gab hier ein Desaster, dort ein Desaster, hier ein Übergriff, dort ein Bürgerkrieg, dort genozidale Aktionen, die aus der Situation heraus ein sofortiges Eingreifen begründet haben und danach hat man sich in aller Regel zurückgezogen und auf den nächsten Feuerwehreinsatz gewartet. Wenn wir mit diesen Konfliktsituationen perspektivisch anders umgehen müssen, dann brauchen wir in unserem Entwurf von Außen- und Sicherheitspolitik eine andere Vorstellung des Zeithorizonts, der notwendigen Präsenz und wir müssen davon ausgehen, dass diese Ressource Zeit möglicherweise die entscheidende ist, die über Wohl oder Wehe solcher Aktionen befindet. Und das Dritte ist, Herr Klose hat es eben mit Blick auf Afrika angesprochen, wir müssen uns Gedanken machen über ein verändertes Akteurstableau. Also bei Interventionen in Afrika oder Lateinamerika oder Asien, ist völlig egal wo, nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, als wären das in erster Linie vom Westen oder von den USA oder von wem auch immer orchestrierte, geplante, durchgesetzte Operationen, die quasi über die Köpfe der beteiligten Akteure in der jeweiligen Region hinweg durchgesetzt, geplant und durchgesetzt werden. Es gibt mit Blick auf Mali diesen Satz, der von vielen Afrikanern auch geltend gemacht worden ist, African Solutions for African Problems. Der war ja nicht so gemeint, als dass sich der Rest der Weltgemeinschaft jetzt davon verabschieden sollte, sondern der betraf eine Lehrstelle, wunden Punkt, dass diese Integration von lokalen, regionalen Akteuren zu wünschen übrig lässt und genau das mit anspricht, was Antone Guterres mit der klaffenden Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit gemeint hat. Also zumindest an diesen drei Punkten glaube ich, müssen wir eine intellektuelle und politische Diskussion führen, die Defizite der bisherigen Praxis thematisiert und die vor allen Dingen die Rolle von militärischer Gewalt problematisiert, relativiert zugunsten einer eher zivilorientierten oder mit zivilen Mitteln operierenden Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen in dem Zusammenhang auch denken, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, über den rosa Elefanten hier im Raum. Wir reden über die UNO, wir reden über die EU. Ich habe bis zu an keinen Punkt bisher. Sagen Sie die drei Buchstaben. Der rosa Elefant hat einen Namen, der heißt USA. Was die Vereinigten Staaten tun als westliche Führungsmacht fällt auf den Rest, ich nenne es jetzt mal pauschalisierend des Westens, einfach sozusagen aus vereinfachenden argumentativen Gründen zurück. Wir können nicht eine Diskussion über künftige Möglichkeiten und Grenzen von Militärinterventionen, von Sicherheitspolitik, von Außenpolitik reden, wenn wir nicht eine ungeschönte Bilanz dessen vorlegen, was auf amerikanische Initiative und da nehme ich jetzt mal nur die 90er-Jahre in den Blick, seit Somalia, Ruanda, bis hin nach Syrien, salopp formuliert, verbockt worden ist. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber die Ausnahme von der Regel dieses Verbockt Seins sind Ausnahmen von der Regel. Sie haben uns ein paar große Aufgaben mitgegeben, vielleicht auch drei bis vier neue Herrenhäuser Gespräche skizziert, könnte sein. Ich versuche es mal bei Ursula Schröder zunächst. Friedens- und Konfliktforschung und die Rolle der USA, das, was Herr Greiner eben auf ein Wort hat zusammenschrumpfen lassen, da ist eine Menge verbockt worden. Ist das im Blick? Ja, und das ist auch eine ältliche Debatte, finde ich. Ich versuche es mal wieder mit nach vorne zu schauen, weil ich glaube, dass allen Akteuren im Feld der Friedensförderung klar ist, dass viele Fehler gemacht worden sind. Es ist allen klar, dass lokale Stimmen in politische Interessen auf der Seite der Staaten, die unterstützt werden sollen, viel stärker in den Blick genommen werden müssen. Und es ist auch allen klar, dass die Ressourcen, die dafür eingesetzt werden, überhaupt nicht ausreichen. Aber dennoch gibt es genau dieses Problem, der Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der sich nicht nur im UN-System, sondern auch in allen bilateralen Systemen durchzieht. Wir schaffen nicht, das, wofür wir angetreten sind, es umzusetzen und es gibt auch kein Wir mehr. Das heißt, wir können auch gar nicht mehr so voraussetzungslos vom Westen sprechen und wir können auch nicht mehr davon ausgehen und das hat uns der Ukraine-Krieg beschert, das Problem, dass die regelbasierte internationale Ordnung als gegeben vorausgesetzt werden kann. Das heißt, ich laufe durch die Gegend und rede darüber, dass die liberale Ordnung oder auch die regelbasierte Ordnung, das sind durchaus unterschiedliche Spielarten, dass die durch den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ruiniert worden sind. Dass wir in eine Welt laufen, in der das Nachkriegsmodell nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem wir Regeln haben, die von allen Staaten eingehalten werden und wenn sie nicht eingehalten werden, werden diese Staaten geächtet oder wird dieses Vergehen geahndet, dass wir diese Welt nicht mehr sehen werden, sondern dass wir in eine Welt laufen, die ich mit einer dänischen Kollegin als Multiordnung bezeichnen werde, in der die Idee der liberalen Ordnung eine Idee ist, die weiterleben wird, aber die nicht mehr hegemonial sein wird und die nicht mehr für alle Staaten relevant sein wird, sondern der wir konkurrierende Ordnungsmodelle haben werden, aus China, aus Russland mit Eurasien, aus anderen Regionen, aus Afrika, die nicht mehr anerkennen, dass diese Ideen, die wir irgendwann mal als wir uns überlegt haben, noch für alle gelten und da ist Afrika oder gewisse afrikanische Staaten ein Beispiel dafür, für Debatten, in denen jetzt viel klarer ist als noch vor fünf Jahren, wir sehen das auch am Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen gegenüber den Ukraine-Sanktionen, dass ganz viele Staaten gesagt haben, uns reicht es. Diese doppelten Standards, die hier gehalten werden von der westlichen Seite, die unterstützen wir nicht, das ist euer Problem mit diesem Ukraine-Krieg, haben wir nichts mit zu tun, wir enthalten uns der Stimme in der UN-Generalversammlung und das waren nicht nur zwei, drei Staaten, das war die Mehrheit der Staaten, die sich dort oder die Mehrheit der Weltbevölkerung, die sich dort enthalten hat. Das heißt, die liberale internationale Ordnung hat nicht nur ein großes Problem, sondern ich glaube, dass sie nicht in der gleichen Form fortbestehen kann, wie sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs existierte. Astrid Irgang zunächst, vielleicht auch zur intellektuellen Schubumkehr und dann wollte Bernd Greiner nochmal antworten. Ich glaube auch, dass wir in einer solchen Umbruchsphase sind, in der wir alle aufgefordert sind, uns von Liebgewordenem und auch sehr Bequemen zu verabschieden. Als sie von dem Rosa Elefanten sprachen, dachte ich, eigentlich, sie sprechen über unsere eigenen Streitkräfte gleich, aber dann kam der Begriff auf die Amerikaner. Ich meine, wir haben ein Business-Modell in Deutschland verfolgt, in dem wir unsere Sicherheit ausgelagert haben, ganz stark zu den Amerikanern. Da haben wir sehr viele Jahre von profitiert. Wir sind unter dieser Auslagerung wiedervereinigt geworden. Und wir haben auch andere Abhängigkeiten zugelassen, weil wir uns sehr sicher glaubten, dass die Form, in der wir leben, ungefährdet ist. Wir merken jetzt, sie ist gefährdet und ich fange immer am liebsten vor der eigenen Haustür an, auch unter dem Szenario, dass wir unter Umständen in zwei Jahren einen Trump oder einen Nachfolger-Trump haben. Also was heißt das denn für uns, wie wir uns aufzustellen haben? Und da würde ich eigentlich die Debatte gerne auf unser Land bringen und sagen, also was haben wir mit unseren eigenen Streitkräften gemacht? Welche Ideen haben wir denn, was wir für Frieden und Sicherheit halten? Wo wird das überhaupt ausgehandelt? Hinter verschlossenen Türen oder bringen wir es wieder mehr in die Fläche und in den parlamentarischen Raum? Wenn Sie mit Journalisten sprechen, dann sagen die, über Jahre ist die außenpolitische Berichterstattung zusammengeschrumpft. Wir haben ja noch gar nicht die Debatte, die wir eigentlich brauchen, diese Neubestimmung, um nach vorne zu kommen. Und deshalb bei uns anfangen und nicht nach rechts und links pointen. Bernd Greiner, das kann Sie nicht daran hindern, Ihre Wortmeldung jetzt auch uns zu Gehör zu bringen. Ich bin mir ganz sicher. Absolut. Also das ist kein Widerspruch, vor der eigenen Haustür zu kehren und sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass wir kein Akteur sui generis sind, sondern innerhalb eines politischen Verbundes agieren, dessen maßgebliche Macht immer noch USA heißt. Und in dem Zusammenhang wollte ich darauf einfach noch mal insistieren. Also dieser Überfall, dieser Angriffskrieg, diese ganzen Verbrechen, die Putin auf dem Kerbholz hat, waren der Sargnagel in dieser internationalen Ordnung, der letzte. Es gibt viele andere Sargnägel und wenn wir über das Thema des heutigen Abends auch Responsibility to Protect, humanitäre, militärische Intervention nachdenken, dann waren es auch unsere, ich sage das jetzt mal bewusst zugespitzt, Vorgesetzten in Washington, die den einen oder anderen Sargnagel da eingetrieben haben. Also Kosovo 1999. Wieso kommt man eigentlich auf die Idee ohne UNO-Mandat eine militärische Intervention vermeintlich zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kosovo zu führen? Wie kommt man auf die Idee, diese Intervention zu machen und da berufe ich mich jetzt mal auf eine Expertise des amerikanischen Außenministeriums selbst, ohne die mindeste Vorkehrungen getroffen zu haben für die zu erwartenden Flüchtlingsströme, für den Schutz derer, die man angeblich schützen will? Und wieso kommt man dann auf die Idee, Umstände zu schaffen, in denen eine Konfliktpartei, nämlich in dem Fall die UJK, also Albaner im Kosovo, dieses Bombardement in Syrien zum Anlass nehmen, um ihrerseits einen anderen Teil der Zivilbevölkerung, nämlich die Serben, zu maltretieren? Ich könnte jetzt diese Reihe fortsetzen, das wäre dann in der Tat ein neues Herrenhauser Kolloquium oder Gespräch oder Tagung mit Libyen und Syrien. In all diesen Einzelfällen kommen wir nicht umhin, eine Bilanz zu ziehen und uns Rechenschaft darüber abzulegen, warum diese regelbasierte internationale Ordnung aus dem Lot gekommen ist oder schwer geschädigt worden ist. Das war eben nicht nur Putin, der aktuell natürlich der Verbrecher ist. Das ist ja völlig klar, wir müssen nicht darüber reden, beziehungsweise mit seiner verbrecherischen Politik, all das, was wir eben diskutieren, im Grunde genommen für absehbare Zeit ruiniert hat. Alle Diskussionen über eine Reform der UNO, alle Diskussionen über eine intellektuelle Schubumkehr stehen doch unter dem Schatten dieses Angriffskrieges. Aber sich nur auf diesen Angriffskrieg zu kaprizieren, das war mein Punkt, reicht nicht aus, wenn wir, Stichwort, nicht vor der eigenen Haustür, dem eigenen Vorgarten kehren und dieser Vorgarten liegt eben nicht nur in Berlin. So, Fabian Klose hat vorhin schon sehr entschlossen zum Mikrofon gegriffen, jetzt aber auch Astrid Irgang. Ich halte mich jetzt mal streng an die Reihenfolge. Dass Sie beide reden wollen, scheint mir evident. Ja, wobei, ich würde sagen, Ladies first, weil Sie, glaube ich, direkt auf Herrn Greiner antworten möchten. Ich mache das ganz kurz. Ich glaube, ich bin unverdächtig, nicht auch unsere Freunde, die Amerikaner, zu kritisieren. Ich könnte ausführen, wie sehr es mich ärgert, warum die nicht den internationalen Strafgerichtshof mit ratifiziert haben und so weiter. Aber in den historischen Bezügen, in denen wir unterwegs sind, haben wir doch als Nation ganz wenig Anlass, wohlfeil zu sein. Wir sind diejenigen, die zwei entsetzliche Kriege im vergangenen Jahrhundert über Europa gebracht haben und wir sind von der Weltgemeinschaft wieder aufgenommen worden, auch von den Amerikanern und verdanken ihnen eine ganze Menge. Und es ist eine eigene nationale Entscheidung gewesen der Bundesregierung, bestimmte Sicherheitsinteressen im Bündnis von anderen abdecken zu lassen. Das ist eine Entscheidung. und wenn wir die jetzt korrigieren wollen und ich bin dafür, sie zu korrigieren, um unabhängiger zu werden davon, was in Washington ist, dann ist das zunächst mal eine Aufgabe an uns selbst. Dann müssen wir als Land sagen, wir geben mehr Geld dafür aus, wir reflektieren, was wir vielleicht an Versäumnissen haben und wenn ich in Europa unterwegs bin und insbesondere vor ein paar Jahren in Polen, wo ich auch studiert habe, dann hat man sich dort von Deutschland mehr Verantwortung, mehr Führung, mehr Gestaltung gewünscht. Es gibt einen sehr bekannten polnischen Außenminister, der gesagt hat, er fürchtet vor allem ein Deutschland, was einfach nichts macht und deshalb geht der Appell an uns und da würde ich es auch gerne wieder hin zurückführen. Fabian Klose. Ja, also um da jetzt vielleicht auch wieder die Balance ein bisschen hinzukriegen, mir ist es jetzt ein bisschen zu einfach mit dem Rosa Elefanten und den Vereinigten Staaten, denn die Katastrophen der 1990er Jahren, da sind nicht nur die Amerikaner dafür verantwortlich. Also in Srebrenica, da war Dutchbat, das waren niederländische UN, Blauem Soldaten und wenn wir uns anschauen, wie lange das gedauert hat, die Gerichtsverfahren, die Entschädigungen, ja, was das für ein schmerzhafter Prozess für die Überlebenden dieses Genozids waren, also da hätten die Europäer auch mal schneller reagieren können. Wanda, die Rolle Frankreichs, ja, das muss man dann schon mit reinnehmen in das Bild und auch im Kosovo, warum sollen immer die Amerikaner, wenn es in Europa brennt, warum sollen die Amerikaner immer eingreifen? Also auch hier würde ich die Deutsche, die europäische Rolle, das Versagen, die Fehler, die gemacht werden, die würde ich jetzt hier auch mal betonen. Aber ich möchte noch etwas anderes, ich möchte vielleicht ein bisschen etwas optimistischeres Bild zeichnen, denn aus diesen Fehlern wurde ja auch versucht zu lernen. Also diese schweren Fehler der 1990er-Jahre führten ja letztlich auch dazu, dass jemand, der direkt, ich habe es vorher erwähnt, wie Kofi Annan, der da ja direkt beteiligt war, einen Reformprozess angestoßen hat, nämlich die Responsibility to Protect. Das ist ja ein Ergebnis aus dem Scheitern von Ruandas, Reprenica und auch dem Kosovo, weil er sich auch bewusst war, dass der Kosovo ein völkerrechtlich sehr umstrittener Einsatz war. Das Problem meines Erachtens war dann nur, dass der Bericht, der zur Responsibility to Protect geführt hatte, ja im gleichen Jahr 2001 erscheint wie 9-11 und da ja völlig untergeht. Und ich würde jetzt schon auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja, dass es schon eine Möglichkeit von Reformen gibt und auch R2P letztlich ja kein, die Schutzverantwortung, kein schlechtes, schlechtes System ist. Es wurde nur nie umgesetzt, weil letztlich die drei Säulen von Responsibility to Prevent, die wichtigste Säule, nie wirklich umgesetzt wurde. Letztlich in Libyen ja nur die Responsibility to React mit dem Militäreinsatz und die Responsibility to Rebuild auch nicht umgesetzt war, die Post-Konflikt-Nachsorge. Also dieses Konzept existiert, aber es wurde letztlich nie umgesetzt, denn man hat sich letztlich nur auf diese militärische Schiene konzentriert und das ist meines Erachtens der fundamentale Fehler. Ganz kurze Nachfrage, vielleicht auch für mehrere hier im Raum, diese vier Verantwortlichkeiten, die Sie jetzt gerade genannt haben, gehen alle auf die Initiative von Kofi Annan seinerzeit zurück? Nein, nicht alleine auf Kofi Annan, sondern es war eben eine, aufgrund, die kanadische Regierung hat eben diese International Commission on Intervention State Souverainty ins Leben gerufen und es war ein internationales Expertengremium aus verschiedenen Nationen, Experten aus verschiedenen Disziplinen, die sich zusammengesetzt haben, um eben eine Reform voranzubringen und diesen Bericht dann verfasst haben. Das Einzige, was ich an diesem Bericht als Historiker kritisieren würde, dass die historische Dimension in dem Survey, also dem Additional Bericht, was meinen Sie, wie viel dazu den historischen Ursprüngen und Entwicklungen der humanitären Intervention drin waren? Das waren zwei Seiten. Also das historische Gedächtnis für die Entwicklung von einem Konzept, das es schon über 200 Jahre gibt, war relativ eng dann wieder. Sehr freundlich ausgedrückt. Jetzt haben wir über vier Verantwortlichkeiten gehört und Astrid Irgang und Ursula Schröder ergänzen, widersprechen, fügen hinzu, wir werden es sehen. Mir ist nur eine Bemerkung wichtig, dass da kein Missverständnis aufkommt, weil Sie sagten, die Niederländer seien, oder das Missverständnis kann vielleicht rüberkommen, dass die niederländischen Blauhelmsoldaten verantwortlich seien für den Völkermord in Srebrenica, das ist nicht so. Die konnten nicht eingreifen, das ist sehr dramatisch gewesen, sehr tragisch gewesen, schrecklich gewesen, sie waren nicht mandatiert dafür, aber ich glaube nicht, dass wir stehen lassen dürfen, dass sie ursächlich für diesen Völkermord verantwortlich sind. Das haben Sie sicherlich nicht gemeint, aber das war mir wichtig, das zu korrigieren. Das habe ich auch so nicht gesagt. Ich glaube nur, dass die Verantwortung der Vereinten Nationen für den Völkermord in Ruanda, und das waren in dem Fall war... Srebrenica, wir waren jetzt bei Srebrenica. Ja, bei Srebrenica, sorry, aber die Verantwortung der Vereinten Nationen, dass sich die Vereinten Nationen das zu leicht machen, sich aus dieser Verantwortung wegzustehen. Also ich habe das nicht gesagt, dass die verantwortlich waren, sondern dass sie eben nicht eingegriffen haben und wenn sie jetzt mit Überlebenden sprechen, dann haben die auch wiederum ein anderes Bild, was möglich gewesen wäre oder nicht. Also in einem Strafrechtsprozess ging es darum, die Täter vor den Kadi zu bringen und das waren in dem Kontext nicht die niederländischen Soldaten. Aber was mich interessieren würde von Frau Schröder, weil ich den Blick auch nach vorne richten möchte, also was brauchst du denn jetzt, um unsere Zukunft gut zu gestalten? Und da wäre ich neugierig, wenn ich darf, eine Frage an Sie zu stellen, was Sie vorausdenken, wo auch Ihre Beteiligung ist jetzt momentan beim Draft der Nationalen Sicherheitsstrategie. Es finden ja diese Diskussionen statt. Können Sie da was mit uns teilen, was uns Futter gibt, um Anregungen zu bekommen, nach vorne, worauf es jetzt ankommt? Vielleicht, Frau Schröder, vorher noch Ihre Reaktion auf das von Herrn Klose gesagte. Ich wollte ohnehin Ihnen vorschlagen, dass wir die letzte Viertelstunde dann nutzen, das ist ja jetzt mehrmals auf dem Podium auch eingefordert, angemahnt worden, nach vorne zu schauen und zu gucken, wie kann sich denn das jetzt alles neu sortieren? Jetzt vielleicht noch Ihre Reaktion auf Herrn Klose. Genau, ich habe auch die Prozesse der UN-Reformen verfolgt und das Interessante an diesen Reformen ist, dass sich da wirklich auch Mühe gegeben wurde, etwas zu verbessern, dass es die Berichte der Kommission gab, dass es auch den sogenannten HIPPO-Bericht aus den letzten Jahren gab, dass immer wieder versucht wurde, die Peacekeeping-Missionen der Vereinten Nationen zu verbessern. Und ich bin vorhin ja mit der vergleichsweise steilen These hier reingegangen und habe gesagt, ja, Peacekeeping funktioniert in der Gewaltreduktion. Die neueren Versionen dessen, was die Vereinten Nationen machen, das ist aber gar kein Peacekeeping mehr, weil wir in Situationen reingelaufen sind, in which there is no peace to keep. Und das ist das Problem, dass die Missionen, die Sie auch angesprochen hatten, in DRC, auch in Mali, auch in Libyen, dass das Missionen sind, in der Zentralafrikanischen Republik insbesondere, Missionen sind, das sind komplexe, robuste Mandate, in denen die Vereinten Nationen Partei bezieht. Und das ist ein Punkt, den ich hier noch ablegen möchte, dass wir Mandate haben, in denen die Vereinten Nationen als militärischer Akteur nicht mehr unparteiisch ist wie früher, sondern politische Partei für ein Regierungssystem bezieht, das keine Legitimität bei der Bevölkerung auf sich zieht, das diesen Anspruch an politische Gestaltung nicht hat und auch nicht die Aufforderung der Bevölkerung politisch zu gestalten. Und das ist ein Problem, denn in diesen Missionen sehen wir in der Demokratischen Republik Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik, auch in Mali, sehen wir, dass diese gesamten Mandate nicht funktionieren, weil die UN ein Konfliktakteur geworden ist und weil sie eine Regierung oder ein Regime stabilisieren soll, das überhaupt kein Mandat zu regieren hat. Und das ist etwas, wo man mit der Reform etwas vermutlich kaputter gemacht hat, als es nötig war. Und da ist die Frage, wie kommen wir aus der Nummer eigentlich wieder raus? Wie können wir von dieser Idee, dass wir militärische Flankierung durchaus im Sinne auch von Flankierung von humanitären Maßnahmen brauchen, weil wir so furchtbar verfahrene, gewaltsame Situationen vor Ort haben, in denen wir ohne Militär überhaupt niemanden reinschicken können. Wir haben ja auch Verantwortung gegenüber den Leuten, die da runtergeschickt werden in bestimmte Regionen. Wie können wir da weitermachen? Und das ist das Problem mit dem nach vorne schauen. Wie kann man in dem Fall Friedens- und Sicherheitspolitik so weit integrieren und organisieren, dass wir nicht in die Fehler der Vereinten Nationen der letzten fünf bis zehn Jahre reinlaufen? Da gibt es verdammt wenig Debatte und sehr wenig Konzepte, die da schon ausprobiert werden, weil die letzten Jahre der Vereinten Nationen sind nicht besonders gut gelaufen. Und da müssten wir auch, wie Astrid Irgang gesagt hat, bei Deutschland anfangen, weil wir jetzt gerade die Chance haben, mit der Gestaltung einer nationalen Sicherheitsstrategie Deutschland in die Lage zu versetzen, dass das umfassende Instrumentenportfolio, was sich die deutsche Außenpolitik geschaffen hat, was wirklich sehr gut ist, dieses Portfolio noch viel stärker zu integrieren und viel stärker auch zu planen, wie man die verschiedenen Formen von zivilen und militärischen Instrumenten überhaupt verbindet. Das lag bisher wie so ein Besteckkasten nebeneinander. Da waren dann die Gabel und der Löffel und das Messer und die wurden auch entsprechend eingesetzt. Und ich glaube, jetzt geht es darum, um diese verschiedenen Instrumente nicht nur so horizontal zu vernetzen, sondern wirklich zu integrieren und zu schauen, wie können wir das denn gemeinsam denken. Und da sind wir, obwohl die Debatte auch älter schon ist, noch ganz am Anfang. Und da wird die Debatte in Deutschland auch gerne in der Bevölkerung zu führen sein. Astrid Irgang, wie könnte denn eine solche Sicherheitsstrategie aussehen? Ich frage Sie jetzt mal ganz bewusst als Vertreterin einer Institution, die eine hundertprozentige Tochter des Auswärtigen Amtes ist. Es war am, ich glaube, 27. Februar, ein Sonntag, Sondersitzung des Deutschen Bundestages, als Olaf Scholz dieses Wort von der Zeitenwende geprägt hat. Seitdem gehen wir mit der Vorstellung von 100 Milliarden durch die Welt, die dem Militär zugutekommen sollen. Da könnte man ja als Mensch, der nicht in ihrer Gedankenwelt involviert ist, zunächst auf die Idee kommen, naja, dann wird für andere Projekte friedensstiftender Art vielleicht erst mal gar nicht so viel Geld da sein, weil zunächst mal die Bundeswehr in einen Zustand versetzt werden soll, der sie schlagkräftig macht und dergleichen mehr. Wie kann denn das aussehen, so eine Sicherheitsstrategie unter den neuen Bedingungen Zeitenwende? Also, das ist eine erschöpfend große Frage. Erstmal zu diesem Begriff der Zeitenwende. Ich glaube, wir werden erst in ein paar Jahren im Rückblick verstehen, war es wirklich eine Zeitenwende oder ist das gar nicht so eine Zeitenwende und ich bin auch bei Ihnen, die Perspektive in Afrika auf das, was jetzt passiert, ist eine komplett andere als unsere. Da versteht man nicht, warum wir das eine Zeitenwende finden und das ist wichtig, das mitzudenken. Ich glaube, es ist aber der Impuls, tatsächlich in einer Neudefinition unserer Interessen zu finden, die Geld kostet und worauf sie anspielen, findet tatsächlich momentan statt. Es sind momentan Haushaltsverhandlungen im Bundestag und da wird sehr hart gerungen, wohin soll unser Geld gehen und wenn Sie Zeitungen lesen, was Sie sicher alle tun, dann sehen Sie, dass es enorme Kürzungen zum Beispiel in der ausländischen Kulturpolitik gibt, die mich schmerzen. Ich halte das für besonders wichtig und gleichzeitig muss aber irgendwo auch Geld zusammengekratzt werden, um unsere Versäumnisse im Verteidigungsbereich zu kompensieren. Auch unsere Versprechungen, die wir im Bündnis gemacht haben, finanzieller Art, budgetärer Art, denen wir nicht nachgekommen sind. Die Baustelle mit diesen militärischen Ausgaben ist, selbst wenn Sie da wahnsinnig viel Geld reingeben, dauert es sehr lange, bis es sich in einen sogenannten Kampfwert übersetzt. Sie können nicht Geld reingeben und dann haben Sie sofort neue Divisionen mit Panzerbrigaden vor sich stehen. Das haben wir einfach nicht mehr. Wir haben auch keine große Marine mehr. Das wird lange dauern, bis das Geld sich übersetzt in Werkzeuge in Anführungszeichen und es darf nicht passieren, dass der zivile Instrumenten und Besteckkasten runterfällt, weil die Dinge nur zusammen funktionieren. Und die Menschen, die in diesen Einsätzen sind, auch die ZIF-Expertinnen und Experten, die arbeiten gerne in diesem sogenannten Akteursfeld mit Streitkräften, mit humanitären, zusammen mit Entwicklungshilfearbeitern, weil sie wissen, nur gemeinsam kommt man voran. Und ich glaube, eine Lösung wäre, diese Menschen, die wirklich in Einsätzen sind, die viel stärker zu hören und zu hören, was brauchst du denn eigentlich? Und ich glaube, um auf die Ausgangsfrage dieser Veranstaltung hier zurückzukommen, wenn es eine humanitär motivierte Militärintervention irgendwann mal wieder geben sollte, dann braucht sie eine saubere Konfliktanalyse. Was ist denn überhaupt vor Ort los? Sie brauchen eine politische Strategie, in die das eingebettet ist. Sie brauchen eine Definition von Zielen, was wollen wir denn erreichen? Und sie braucht vor allem einen ganz breiten Konsens in der Bevölkerung der jeweiligen Länder, die ihre Soldatinnen und Soldaten und Zivilen dorthin schicken und im Zweifelsfall ja auch regieren, riskieren, dass die im Bodybag nach Hause kommen, dass sie das nicht überleben. Das muss man erklären, warum das für ein Land wichtig ist. Man könnte naiverweise denken, die ersten genannten Voraussetzungen hätten doch schon längst erfüllt sein müssen bei solchen Interventionen. bei der letzten weiß man nicht so genau, aber das ist verblüffend, wenn man das von Ihnen so hört, dass offenbar manchmal doch mit einer gewissen Spontanität, Blauäugigkeit, einem Mangel an Kenntnis der Umstände vor Ort, wie auch immer, das ist jetzt sicher alles nicht zutreffend formuliert, aber jedenfalls unter unzureichenden Voraussetzungen interveniert worden ist. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. Nochmal kurz für die, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch für Sie nochmal, ZIF fiel nochmal eben die Abkürzung für Zentrum für internationale Friedenseinsätze Berlin, dessen Geschäftsführerin Astrid Irgang, die eben gesprochen hat, ist. Dann sind jetzt alle nochmal im Bilde, die das vielleicht auch nur im Radio hören und Bernd Greiner, der Historiker, hatte sich nochmal zu Wort gemeldet dazu. Bezugnehmend auf Ihre Frage, was wäre denn ein tragfähiges, belastbares Konzept, Friedenskonzept, Sicherheitskonzept für die absehbare Zukunft? Ich fürchte, dass wir uns im Moment teilweise auch aus freien Stücken zu Gefangenen einer militärisch determinierten Diskussion machen, was vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht verwunderlich ist, aber wir sollten uns darüber Rechenschaft ablegen, in welcher Form, mit welchen Prämissen wir über die Zukunft von Sicherheitspolitik nachdenken. Und ich sehe den Punkt, dass sich hier eine, wieder einmal, Verengung der Debatte zugunsten des militärischen Instruments im Besteckkasten, von dem Frau Schröder gesprochen hat, abzeichnet. In diesem Besteckkasten sind wesentlich mehr Angebote, die wahrzunehmen oder die in Kombination so zum Tragen zu bringen, dass sie eine Sicherheitspolitik auf den Weg bringen, die sich unterscheidet von derjenigen in der Vergangenheit, die uns die bekannten Resultate beschert hat. Das wäre die Aufgabe. Und ich bin im Moment skeptisch, ob es den hinreichenden politischen Willen oder aber die Nutzung von intellektuellen Kapazitäten auch in Berlin gibt diesen Weg jenseits des nur Militärischen zu gehen. Wenn ich die Diskussionen der Presse verfolge, die unsere Außenministerin vor einer Woche in Berlin wohl mit Vertretern des Diplomatischen Chors geführt hat, wo sie sich die selbstgestellte Frage beantworten wollte, wieso kommt es, dass die Regierungen von Staaten, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, nicht den Sanktionen gegen die Ukraine zugestimmt haben. Und wenn ich sehe, dass sie auf diese selbstgestellte Frage antwortet, nun ja, ich habe einen Außenminister namentlich nicht mehr genannt, eines dieser Staaten gesprochen und er sagte, wenn ich bei den Russen um Helikopter bitte, bekomme ich die. Wenn ich bei euch um Helikopter bitte, bekomme ich sie nicht. Und wenn unsere Außenministerin daraus den Schluss zieht, wie gesagt, vom diplomatischen Chor, ein gutes Wort einzulegen für eine Korrektur unserer Exportbeschränkung von Rüstungsgütern, dann bin ich genau bei meinem Ausgangspunkt, der da sagt, wir laufen Gefahr, die Diskussion über künftige Sicherheitspolitik militärisch zu verengen. Wir haben in unseren Besteckkasten Angebote, intellektuelle Angebote, konzeptionelle Angebote und da ist Frau Schröder mit ihrem Institut direkt mit angesprochen, die bis weit in die 70er Jahre zurückgehen, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt Egon Bar, Stichwort gemeinsame Sicherheit, Stichwort kooperative weltweite Weltordnung und so weiter und so fort, die im Moment natürlich keine Lobby haben, natürlich haben sie keine Lobby, wie will man dann mit gemeinsamer Sicherheit unter dem Adressaten Putin weiterführen, aber das sind Gedanken, das sind Anregungen, die man nicht so einfach über Bord kippen sollte und über Bord kippen kann, wenn man eine Voraussetzung ernst nimmt, die die gesamte internationale Ordnung auf absehbare Zeit beschäftigenden Themen, vom Umweltschutz über Pandemie, weiß der Teufel was, Wasserverknappung, Ressourcen Übernutzung, all das wird nur gelingen und da ist humanitäre Intervention nur ein Teil des großen Tableaus, wird nur gelingen, wenn man jenseits der Akzentsetzung auf militärische Mittel diese anderen Aspekte ernst nimmt und vergangene Rezepte auf ihre Tragfähigkeit für Zukunft auslotet und da reicht es mir nicht zu sagen, ich mache eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik, ja wer soll denn gegen die Menschenrechte sein, das ist eine moralische Überhöhung, die mit diesem eben definierten Interesse und damit bin ich wieder bei Egon Bahr relativ wenig zu tun hat. So, ich kann mich vor Wortmeldungen kaum retten und ich schlage vor, dass wir beginnen mit Astrid Irgang, Fabian Klose hat signalisiert, er möchte sprechen und dann für das Schlusswort Ursula Schröder zugleich eine kleine Schlussrunde hier veranstalten, denn wir sind schon kurz vor Ende unserer Zeit und das nehmen Sie sicher nicht krumm, Herr Greiner, denn Sie haben eben den Impuls zu dieser kleinen Schlussrunde nochmal gegeben. Astrid Irgang. Also das kann niemanden wundern, dass ich als Wahlberlinerin mit Tätigkeit in Berlin das fehlende intellektuelle Vermögen in der Hauptstadt, diese Fragen zu diskutieren, nicht unwidersprechen lassen kann und Sie spielen an auf die Rede der Außenministerin auf der Botschafterkonferenz. Ich hatte das Glück da dabei zu sein, diese Rede gibt es im Internet, die können Sie runterladen beim ausfältigen Amt und das, was Sie da ausführen, hat Sie nicht gesagt, das war nicht Gegenstand der Rede. Anna-Lena Baerbock ist eine Person, eine Außenministerin, die in dem Instrumentenkasten denkt und ihn zum Klingen bringen möchte und ich bitte Sie, sich diese Rede anzuhören. Das war Fake News von Ihnen. Das war Süddeutsche Zeitung. Sorry. Jetzt hat Herr Reiner ohne Mikrofon die Süddeutsche verbreitet. Entschuldigung, das kann man so nicht stehen lassen. Also Sie können alles Mögliche kritisieren, aber mit dem Argument der Fake News zu kommen, das ist a touch too much. Aber dass das Zivile keine Rolle spiele, das ist nicht richtig. Sie haben das Wort in die Runde geworfen, dagegen verwahre ich mich. Ich beziehe mich als Quelle auf die Süddeutsche Zeitung mit den Zitaten, die ich eben gebracht habe. Wenn Sie sagen, das wäre Fake News, dann unterhalten Sie sich bitte mit den Redakteuren der Süddeutschen. Wir schauen die Rede im Kontext an. So, also wir haben jetzt schon zwei Hausaufgaben, Sie schauen sich bitte eine Rede an und Sie lesen nach, was in der Süddeutschen Zeitung stand, aber jetzt ist Fabian Klose dran. Ihre Perspektive auf die Sicherheitsstrategie der Zukunft. Ja, nee, ich würde auf etwas anderes noch kurz eingehen, weil wir haben hier ein paar Sachen durcheinander geraten. Also wenn ich jetzt nochmal auf den Titel schaue, humanitär motivierte Militärinterventionen, im Fall der Ukraine haben wir keine humanitär motivierte Militärinterventionen, sondern, und hier würde ich Ihnen auch widersprechen, Herr Greiner, es geht hier darum, einen Staat zu unterstützen, der von einem Nachbarstaat überfallen worden ist und von humanitär jetzt hier zu sprechen, ist einfach schwierig, sondern was wir, also davon bin ich überzeugt, was die Bundesrepublik machen muss, so wie mit ihren Partnerstaaten, diesen Staat, die Ukraine, mit allen Mitteln zu unterstützen, dass sie sich verteidigen und Punkt. Es geht hier nicht um eine humanitär motivierte Militärinterventionen. Ich glaube, da werden jetzt Sachen einfach durcheinander gemischt, sondern ich bin mit Ihnen einverstanden, Herr Greiner, wenn es darum geht, Sicherheitsarchitektur aufzubauen und nicht nur auf das Militärische zu denken. Aber ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass das komplexer ist. Also, wenn Sie an das Konzept von Human Security denken, da sind diese Dinge ja mitgedacht. Nur jetzt, im Fall der Ukraine, geht es darum, ganz konkret, einen Staat, der überfallen wurde, zu unterstützen, dass er sich verteidigen kann gegen den Aggressor Russland. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ursula Schröder, vielleicht noch mal mit der Perspektive der Friedens- und Konfliktforscherin im Lichte dessen, was Sie, glaube ich, auch stark gemacht haben heute Abend. Die regelbasierte Ordnung, wie wir sie kannten, ist bis auf Weiteres zunächst mal dahin oder außer Kraft, kann so nicht weiter bestehen, wir brauchen aber eine Perspektive. Genau, und das ist eine echte Ruptur, vor der wir heute stehen. Wir werden nicht mehr in die 70er-Jahre zurückgehen können. Ich werde häufig gefragt, ob wir die gemeinsame Sicherheit wieder aufleben lassen können, und meine Antwort ist regelmäßig nein. Wir brauchen eine andere Form der Kooperation, und wir werden global sehr viel radikalere Formen der Kooperation brauchen, als wir das kennen, um der Klimakrise irgendetwas entgegensetzen zu können. Das wird das Problem der Zukunft sein, und das ist ein Problem, das durchaus nicht militärisch gelöst werden kann, dem sich aber auch die verschiedenen Militäre der Welt sehr, sehr ausgesetzt fühlen. Das heißt, das ist ein Feld, wo man auch mit der Bundeswehr, mit anderen militärischen Organisationen zusammenarbeiten kann, weil die vor massiven Problemen stehen, wenn der Klimawandel in der gleichen Geschwindigkeit weitergeht, wie er bisher fortgeschritten ist. Das heißt, der Wechsel, wie wir das in der Forschung nennen, des sicherheitspolitischen Referenzobjekts, weg vom Staat, hin zu Individuen, ist einer, der notwendig ist. Auch eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik wird notwendig sein, wenn wir die Krisen und Katastrophen sehen, denen wir uns sehr, sehr bald gegenüber sehen werden hier, und denen sich große Teile der Welt schon gegenüber sehen, wenn es darum geht, die Erhöhung der Meere, wenn es darum geht, die Dürre, die Hitze auszuhalten, in die wir reinlaufen. Und das sind Probleme, die müssen in den Griff bekommen werden. Parallel zu dem Problem, dass wir auch aus der Friedensforschung gesprochen, das militärische Instrument besser verstehen können müssen. Wir müssen auch militärische Instrumente einsetzen können, und wir haben uns als Friedensgutachten, das ist das jährliche Gutachten der vier Friedensforschungseinrichtungen in Deutschlands, für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, nach langer Diskussion, wir finden das richtig. Und das ist etwas, was neu ist für die Friedensforschung, dass wir in diesem Konflikt reingehen und sagen, ja, wir müssen verstehen, wie militär funktioniert, wir tun das auch, und wir müssen uns aber auch dafür einsetzen, dass dieses Instrument gut genutzt wird, und parallel setzen wir uns massiv dafür ein, dass verstanden wird und verstanden bleibt, dass Friedensförderung zivil funktioniert, dass lokale Konfliktförderung, lokale Friedensförderung lokal funktionieren muss, unterstützt werden muss, und dass der Klimawandel eines der allergrößten sicherheitspolitischen Probleme ist, in die wir reinlaufen, und der kann nur mit Kooperation gelöst werden und nicht durch Gewalt. ganz herzlichen Dank, danke Ursula Schröder, danke Bernd Greiner, danke Astrid Irgang, danke Fabian Klose, das war ein unglaublich intensiver Abend, ein großer Problemaufriss, sehr drängend, ich glaube, das haben wir alle gespürt, und mit vielen Antworten, Anregungen und offenen Fragen, das war glaube ich auch gar nicht anders zu erwarten. Ich hoffe, Sie nehmen eine Menge mit, das war's bei unserem Herrenhäuser-Gespräch von NDR Kultur und Volkswagen Stiftung, dem Frieden, dienlich, humanitär motivierte Militärinterventionen. Sie können das Gespräch, wenn Sie mögen, komplett nochmal hören, am 23. Oktober, ab 20.05 Uhr, im Sonntagsstudio auf NDR Kultur, sagen Sie es bitte auch weiter, ich finde, das lohnt sich sehr. Beim nächsten Herrenhäuser- Gespräch, am 10. November dann, geht es um was völlig anderes, überraschenderweise um ein rundes, manchmal auch etwas hüftsteif-unrundes Thema, nämlich das Phänomen Fußball, kurz vor einer merkwürdig platzierten Weltmeisterschaft. Ganz herzlichen Dank an Katja Ebeling von der Volkswagen Stiftung für die tolle Vorbereitung dieses Abends, Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, auch fürs Gucken, die, die im Stream jetzt dabei waren oder sich das später anschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen friedlichen Abend, machen Sie es gut, tschüss. Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal.